Norddeutscher Rundfunk 2021 Jo Jo Jo, Willkommen bei der Familie Shakerji. Sag mal Hallo. Jo. Hallo. Wir sind voll aus. Ich hol euch wieder ab. Es gab eine Explosion, fahren Sie weiter. Mein Mann hat sein Büro gleich da vorn. Willkommen! Lurik! Lurik! Oh Gott! Lurik! Hast du dich bei der Tour des Opfern um Ihren Mann? Hat er Feinde? War er ein Muslim? Bitte? Sie wollen doch auch wissen, wer Ihre Familie getötet hat. Es ist nur eine Türkengegend, wo das Büro von meinem Mann ist. Doch, da war eine Frau, die halt ihr Fahrrad vor seinem Büro abgestellt. Das war eine Deutsche. Ich war so deutsch wie ich. Du hast recht gehabt. Es waren Nazis. Die Bullen haben die Täter erwischt. Ich die Fingerabdrücke der beiden Angeklagten. Haben Sie noch weitere Fingerabdrücke gefunden? Also eine weitere tatbeteiligte Person? Ich möchte, dass du morgen zu Hause wirst. Warum? Das könnte Rato nicht hören. Mein Sohn verehrt Rato Hitler. Was mein Sohn getan hat, ist großhaft. Auf mich! Auf mich! Auf mich! Der Polizei sagt, dass wir was bei dir gefunden haben. Das sind meine Freunde. Habt ihr sie gesehen? Ich kenne diese Leute nicht. Kennen Sie das? Ja, ja, ja. Was ist das hier für ein Symbol auf dem Banner? Du bringst dich doch nur in Schwierigkeiten! Stell dir mal vor, die hätten mich und Rocco erwischt. Nein! Und Nuri hätte überlebt. Nein! Der hätte das ganze Geplänke nicht mitgemacht. Nein! Ich bin hier, du Witz! Nein! Die werden ihre Strafe kriegen, das schwöre ich dir.